Ja, schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich habe heute einen kleinen Lichtblick für Sie, und zwar zu dem Thema Lesen und Demenz. Lesen ist ein ganz interessantes Thema, weil hierbei geht es um die sogenannte kognitive Reserve. Konkret heißt das, je mehr kognitive Reserve ein Mensch in seinem Leben durch Lernen und Studieren und kognitive Anstrengungen erworben hat, desto länger ist er vor der Demenz ein Stück weit geschützt. Und zu diesen kognitiv anregenden Aktivitäten gehört eben auch das Lesen. Nun ist es so, dass es natürlich von vielen Faktoren abhängt, ob ein Mensch viel liest oder nicht. Das ist die Bildung, das sind aber auch gesundheitliche Einschränkungen, die Sehfähigkeit. All die können das Lesen behindern. Also kann man nicht nur einfach Lesen und Nichtlesende vergleichen, sondern man muss nach Bildung schauen und nach kognitiven Einschränkungen, die durch bestimmte Erkrankungen bedingt sind oder eben auch Lesefähigkeit, durch Sehfähigkeit behindert ist. Also da muss man sozusagen vergleichbare Gruppen finden. Die taiwanesische Langzeitstudie hat das jetzt über 14 Jahre gemacht. Das sind viele andere Dinge auch so untersucht worden, aber unter anderem auch eben das Lesen. Und man schaut, ob dieses eben die kognitiven Fähigkeiten länger erhält und ob Bildung dabei einen Unterschied macht. Ja, die Studie lief von 1989 bis 2011 und erfasste eingangs 4049 Personen. Natürlich in den Jahren sind Leute verstorben, sodass die Anzahl abnahm, aber dennoch im Abstand von drei bis vier Jahren hat man diese Personengruppe immer wieder untersucht. Kognitive Fähigkeiten, Gewohnheiten, altersrelevanten Tätigkeiten, demografische und sozioökonomische Daten, andere gesundheitsrelevanten Daten, ja. Und die Lesegewohnheiten wurden erst in vier verschiedene Gruppen unterteilt und dann eben in zwei Hauptgruppen subsummiert in die Gruppe mit wenig und mit viel Lesen. Ja, das Resultat ist eigentlich ganz interessant. Also die haben also festgestellt, wer mehr liest, der weist über einen Zeitraum von 14 Jahren hinweg einen vergleichsweise, ja, geringeren Verlust an kognitiven Fähigkeiten auf. Und das Spannende ist, dass dies unabhängig ist von dem jeweiligen Bildungsniveau. Man könnte natürlich vermuten, dass der Effekt besonders stark ausfällt bei Personen mit einem höheren Bildungsniveau. Und in der Tat ist das so, je höher das Bildungsniveau, desto geringer in der Regel der kognitive Niedergang. Allerdings, und das ist das Spannende, liest dieser Bildungsvorteil der hochgebildeten Personen mit den Jahren ab. Ja, so dass es gerade Personen mit niedrigem Bildungsniveau, aber hoher Lesefrequenz waren, die am meisten am Ende vom Lesen profitierten. In der Gesamtschau auf 14 Jahre hinweg ließ sich dann gar kein Unterschied mehr feststellen zwischen Personen mit hoher und niedriger Bildung, solange sie eben starke Leser waren. Also ob man also ein hohes oder niedriges Bildungsniveau hat, Hauptsache es ist, dass man viel liest und sich damit so eine Art kognitives Kapital aneignet. Und in der Langzeitfolge macht dann das Ausgangsbildungsniveau keinen großen Unterschied mehr. Ja, soweit mal diese Studie. Und ich dachte, naja, wenn wir gerade mal beim Lesen sind, da fange ich nochmal was an. Von der Michelle Bourgeois, Memory and Communication Aids for People with Dementia. Das ist ja schon ein bisschen ein älteres Buch von 2014, aber ich finde es immer noch spannend. In dem Buch geht es darum, wie man Identität und Orientierung durch ein Erinnerungsbuch unterstützen kann. Das Lesen ist eine überlernte Fähigkeit. Und es ist ja vielen bekannt aus der Praxis, dass die Leute noch lesen können, auch wenn sie das Lesen nicht mehr verstehen oder nicht mehr einordnen können. Aber das ist sozusagen eine Tätigkeit des prozeduralen Gedächtnisses. Und das läuft sozusagen auch ab, wenn das neue Gedächtnis nicht mehr gut funktioniert. Und die Erfahrung ist, dass wenn die Leute jeden Tag das Erinnerungsbuch bekommen und das immer wieder durcharbeiten mit den Bildern, mit den kurzen Texten, dann rekalibrieren die sich. Also das heißt, die können sich immer wieder so bestimmte Ankerpunkte ihrer Identität versichern. Und das Arbeitsbuch enthält Anweisungen, wie man denn so ein Buch gut erstellen kann. Ja, darüber hinaus beschreibt die Autorin in diesem Buch, dass schriftliche Informationen oft besser beachtet werden können, insbesondere dann, wenn sie spezifisch in bestimmten Situationen eingesetzt werden. Also Regeln, die ansonsten eher vergessen oder gar nicht beachtet werden, die können in einer Schriftform vorgelegt und gezeigt werden und finden dann, wenn man in der Situation dieses Schriftstück sieht, auch eine Beachtung. Besonders interessant ist das natürlich im Fall des herausfordernden Verhaltens, im Buch übrigens ab Seite 97. Zum Beispiel glaubt die Person, ihr Geld sei gestohlen, dann legt man ihr ein Schriftstück hin und darauf steht, ihr Geld liegt auf der Bank. Oder möchte jemand trotz Sturzgefahr immer aufstehen, dann kriegt er ein Schriftstück auf den Tisch, darauf steht, nicht alleine aufstehen. Und wenn er aufstehen will, muss er ja sein Gewicht nach vorne bringen. In dem Fall sieht er das und bleibt er sitzen. Ja, oder fragt die Tochter, fragt sie nach der Tochter, wann kommt die denn? Dann kommt ein Text, der heißt, die Tochter kommt am Samstag. Ja, und die Autorin, die berichtet von vielen Vorkommnissen, in denen schriftliche Informationen und Instruktionen besser ankommen als mündliche Kommunikationen. Und es wird vermutet, dass schriftliche Informationen anders verarbeitet werden als mündliche. Ja, dass die also, dass man, wenn man eine Regel so erinnert, das vergisst man. Aber wenn man in der Situation dann diese Regel sieht, also zum Beispiel, ich möchte in ein Zimmer gehen, das nicht mein Zimmer ist, und dann ist aber da an der Tür ein Schild und da drin steht, Eintritt streng verboten. Ja, und viele reagieren da drauf, indem sie dann da auch nicht reingehen. Also noch einmal, mit solchen schriftlichen Informationen kann man bestimmte Verhaltensweisen ein Stück weit eindämmen oder regulieren. Und das kommt in dem Versuch an. Natürlich wird nicht jeder Mensch gleich der Buddha darauf reagieren, aber es ist ein kleines Element im Instrumentenkasten. Ja, soweit mal von mir heute. Ein kleiner Lichtblick zum Thema Lesen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Alles Gute. Bis dahin. Christian Müller-Hergel 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 Christian Müller-Hergel